Wie schon letzte Woche Rückstand aufgeholt, Punkt geholt. Irre, was im Jahr 2023 bei Schalke 04 abgeht, oder? Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Also das, was Schalke in diesem Jahr macht, das ist fast genauso hoch zu bewerten, wie das, was der große Revierrivale aus Dortmund leistet. Aus ihrer Perspektive natürlich. Wie gesagt, achtmal in Folge. Sie sind da gestartet mit diesen viermal 0 zu 0. Dann haben sie plötzlich angefangen, die Spiele zu gewinnen, weil sie merken, ey, das geht doch. Und jetzt, letzte Woche gegen Dortmund, da hatten alle in Dortmund schon ein schlechtes Gefühl vor diesem Spiel. Und wenn du dir das dann heute angeguckt hast, ich weiß nicht, hast du es gesehen, als Böter den Elfmeter reingemacht hat, die rennen alle los, holen sich den Ball aus dem Tor, weil sie mehr wollen. Also die legen eine Mentalität an den Tag, das ist unfassbar. Und wenn die das halten, dieses Niveau, dann steigt der FC Schalke nicht ab dieses Jahr. Also auf Schalke hört man die Mentalitätsfrage jetzt gerne und in Dortmund die Meisterschaftsfrage.